Der entscheidende Moment ihres Lebens, den Florian Silbereisen und Beatrice Eglis am meisten schätzen. Nach langem hartnäckigem Streben hat Florian Silbereisen kürzlich seine sanfte Frau nach Hause geholt. Florian Silbereisen und Beatrice Eglis feierten ihre Hochzeit vor tausenden von Fans in den sozialen Netzwerken auf der ganzen Welt. Vor so vielen Menschen verkündete Florian Silbereisen, dass Beatrice Eglis seine Frau geworden sei, bereit, ihr alles zu geben, was er habe, auch sein Herz und seine Zuneigung. Der süße und emotionale Moment der beiden wurde aufgenommen und schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet, was eine neue Welle auslöste. Alle freuen sich für das Paar und ein Teil von ihnen empfindet wirklich Bewunderung für das, was Florian Silbereisen und Beatrice Eglis für ihre Liebe geleistet haben. Für Florian Silbereisen war der hellste Moment seines Lebens, als er beschloss, seine Frau zu verfolgen. Das Ende einer schönen, aber widersprüchlichen Liebesbeziehung mit einem Ex mag im Herzen des männlichen Sängers einen psychologischen Geist hinterlassen haben, aber Beatrice Eglis ist diejenige, die Florian Silbereisen bei der Veränderung hilft. Als sich Beatrice Eglis traf, schien das Licht in Florian Silbereisens emotionales und spirituelles Leben zurückzukommen, was ihn erneut dazu brachte, die Entscheidung zu treffen, ihr zu folgen, und sich mutig seinem eigenen, längst toten Herzen zu stellen. Diese Frau war zuvor sein Licht, veränderte auch die Flugbahn seines Lebens spektakulär. Florian Silbereisen schätzt besonders die guten Dinge, die die beiden auf diesem langen Weg gemeinsam erlebt haben. Im Leben von Florian Silbereisen beteuert er, dass seine Handlungen und Entscheidungen mit Beatrice Eglis diejenigen sind, die Florian Silbereisen nie bereut. Diese Hochzeit ist der wahrhaftigste Beweis für die Liebe zwischen zwei Menschen. Die beiden sind seitdem ein berühmtes Paar geworden, das viele Schwierigkeiten im Leben gemeinsam überwunden hat, und die Online-Community glaubt, dass sie immer noch Händchen halten und auf einem sehr langen Weg gemeinsam gehen werden. All die Mühen der beiden haben sich nicht nur bei einer Hochzeit gelohnt, sondern auch mit einer glücklichen Familie, die im Rücken auf sie wartet.